Ach siehste, stimmt, hier fehlt es ja noch an... Ach Mist. An allem. Hier fehlt es an allem. Jetzt fehlt es hier in Rindschweinhausen wieder an Arbeitskleidung. Die armen Leute können nicht arbeiten. Immer wenn ich nachdenke, werde ich irgendwann wütend. Könnte schlimmer sein. Hier gibt es keinen Schnaps. Oh oh. Was los? Unsere Bilanz ist gerade am sinken. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Was ist denn passiert? Du brauchst so viel Fluch. Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, das liegt am fehlenden Schnaps. Bei mir ist Rum vorhanden. Und Obst ist auch rum aus. Ja. Was ist denn hier los? Eieieiei. Oh, hier ist eine Route. Oh, hier ist eine Route, die kein... Kein Schiff hat. Da ist schlecht. Da muss man erstmal die hinzufügen. Annehmen. Annehmen. Ich muss mehr Schiffe bauen. Wir müssen tatsächlich mehr Schiffe bauen. Nochmal ein paar Schoner. Das geht halt schneller, wenn ich jetzt ein paar Schoner baue, ne? Um erst mal als, ähm... Ich brauche es... Ja, so. 2,55... 6 Minuten braucht halt ein Clipper, ne? Das ist schon ganz schön heftig. Was ist denn das? Stahlgranaten, verwendbar für Kriegsschiffe. Schaden an Dampfschiffen, plus 50%. Ah, ich will nicht, dass die unglücklich wären. Die haben... In Weizenhausen gibt's keinen Schnaps. Die Lager sind voll. Okay, und Brot ist voll. Das heißt also, es kann irgendwie, ähm... Weg... Gibt's schon jemanden, der Brot weg von... Hey, wo ist denn Brot? Hier, du hier. Du machst nur Brot. Aber das machst du hier nicht mehr hier. Sondern... Gewerkschaften, das ist unsere Zukunft. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. Habe ich gerade Gewerkschaften gehört? Was? Ich habe gerade Gewerkschaften gehört. Also, was ist denn das bitte? Naja, so. Das ist gestreikt. Ich fasse es nicht. So, wie sieht's denn hier mit Brot aus? Wir sind's eigentlich auch... Potsdam hast du ja dann eine gute eigene Brotversorgung, ne? Ja. Achso, stimmt. Die wollte ja auch noch... Das wollte ich ja auch noch machen. Schiffe versenken. Dich krieg ich noch. Obwohl ich mich erst mal um die Handelsrouten kümmern muss. So, die schnapp's nach da. Aber du kannst da auch noch mal... Schiff vom Stapel gelaufen. Ähm... Du, genau. Du lädst da Schnaps ein. Das machst du da weg. Du gehst hier zusätzlich nach da. Und lädst da den Schnaps aus. Sehr gut. Könnt ihr das mal bitte versenken? Das kleine Schiffchen. Kriegt das jetzt hin? Das muss ja wohl möglich sein. Die kommen da nicht hinterher. Das gibt's doch wohl nicht. Neue Ziele. Ah. Jetzt. Endlich. Boah, da haben wir aber ganz schön gelitten, meine Schiffe, ey. Hast du alle versenkt, oder? Ne, 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 noch nicht. Aber da war es halt eins... Hat gekreuzt die ganze Zeit hier. Und ist direkt durch unsere Handelsroute durch. Wir wenden uns nur an die, denen wir trauen. Das war auf jeden Fall nicht so einfach. Vor allem, weil vom Winter war es gerade ungünstig, da hinterher zu kommen. Neue Befehle? Hm, hier ist der Schoner. Das ist sehr gut. Bei dir erscheint alles so einfach. Ach, wohl, das Ding, das kann doch... Kann doch auch Schnaps hier. Was mache ich denn da? Sekt? Wo haben wir denn Sekt her plötzlich? Hm. Du kriegst manchmal so Zusatzeinkommen. Ja. Aber baust du gerade ganz viel Flo, oder? Nee. Weil guck mal auf die Bilanz. Warte. Sieht's ja nicht gut aus. Na, minus 70, oder... Ich hab grad wieder Häuser gebaut, aber... Ich baue dich gerade nicht. Ich versuch gerade hier unsere... Ich versuche hier gerade, ja, Sachen in uns her zu kriegen. Oh, jetzt ist es aber wieder Plus. Guck mal. Ja, ja, ich hab grad wieder Verwohner angelockt. Und hier kann ich eigentlich die Rude kann ich löschen. So. Oh, da lass ich den Clipper... Vielleicht liegt's auch an den ganzen Schiffen, oder so. Weißt du? Hi. Ja. Das kann sein. Verbrauchen wir halt auch ordentlich. Wow. Ähm, so. Hier im Brot und das... Das Schnaps. Ja, ja. Schnaps ist hier voll. Das heißt ja nicht, auf der Hauptinsel könnte ich jetzt hier auch Schnaps komplett aufhören zu machen. Oder langsam aufhören zu machen. Und dann mach ich hier mit dem her... Zur Stelle. Ähm, eine Route. Nee, nicht Patrouille. Sondern eine Route von hier nach da. In Rienenschweinhausen wird Schnaps eingeladen und da wird Schnaps ausgeladen. Ausgeladen. So. Aber es schwankt ganz schön gerade mit dem Einnahmen. Die Bilanz ist halt nicht so heftig gut, ne? Ja. Du kannst sonst auch die Stahlproduktion stoppen. Niemals. Niemals. Ich muss auch die Konserven ein bisschen an... Die Konserven-Dings ankurbeln. So, aber ich kann hier nochmal, was ich machen kann, ne? Bisschen noch ein paar Bauern upgraden. Ich will ja auf die nächste Stufe kommen. Brauch noch... 325 Handwerker, damit ich hier auf die nächste Inselbevölkerungsstufe komme. Na dann. Oh, ich brauche ganz viel Bretter. Ich würde ja sagen, ich schicke dir welche, aber... Ja, ich habe schon welche unterwegs. Aber das dauert mal eine ganze Weile. Hm. Zutzt, der Markt ist so weit weg? Wo ist denn der Markt? Wird er tatsächlich so weit weg? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wo ist denn der nächste Markt sonst? Das ist nicht gut. nicht dass die unglücklich werden wir machen keine aber guck mal da ist der magst du hast ganz viele ziegel du kannst auch steinstraßen die schönste stadt im spiel die schönste stadt im spiel ich weiß ja nicht ich weiß nicht finden dann die leute die stadt schöner wenn ich da ziegelstraßen bauer oder du hast mehr reichweite von den hast du von den gebäuden handwerker ich brauche mehr handwerker das war tatsächlich quatsch den kann ich hier wieder abreißen den anderen gar nicht gesehen was ist denn hier ach so das waren die ponchos die können wir leider nicht machen 73 fleisch konserven ja das mit dem fleisch konserven das ist natürlich auch ganz schön aufwendig muss ich sagen er kriegt gerade auch besucht echt ja die piraten brauchst schiffe sie greifen noch nicht an ja aber kannst gerne eine fregatte noch vorbeischicken am besten noch vollladen wird soll ich fregatte oder linien schiff irgendwas was schießen kann weil ich würde ja schon versuchen jetzt so groß wie möglich zu bauen die braucht halt zwölf minuten im gegensatz zu einer fregatte sechs minuten ich brauche mal zwei fregatten aber ich kann auch selber segelschöpfe bauen ich glaube ich muss mal vorbeischauen was da los ich baue jetzt zwei fregatten was brauchst du also brauchst du bretter und steine oder was brauchst du nee ähm also steine ja jetzt noch nicht aber ich würde die trotzdem einsammeln ich kann dir ja sagen ich kann dir was schicken ich wollte dir jetzt was schicken alles bereits da hast du ja hoffenweise zeug steine und bretter und stahl ja ah nee für deine neue insel meinst du genau ich hab das jetzt halt auch nur ähm mitgenommen ne das ist jetzt ja nix keine produktion was ich hab na also sag an eine fregatte mit steinen wäre gut aber hier ist irgendein clipper ist jetzt angekommen in stahl steine bretter und stahl ja genau okay und ach nee äh kannst du fenster schicken fenster okay dann muss ich doch eher liegen den schiff machen anstatt eine fregatte also ich brauche keine bretter ich würde eher schon mal fenster nehmen weil wir brauchen fenster für die ölproduktion später ja ich muss mich mal hier nur kurz um um gefährliches piratenschiff kümmern oder ehrlich gesagt um mehrere 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 aber ich muss eh gleich die nächste in der insel einnehmen das ist halt nur die frage ob noch heute oder klar auf jeden fall aufstieg zu ingenieuren können wir jetzt machen sehr schön aber die brauchen natürlich wahrscheinlich riesengroße sachen neue seele wo ist das hin ach hier ist die 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 insel schwarz und weiß wenn man klar und gründlich recht spricht so wie ich es tue sag mal haben die solarzellen auf dem dach oder was ist das schwarze wer die insel da welche insel du hast doch gerade eine insel gehabt ach so diese ja sieht ein bisschen aus wie solarzellen nee nee das ist die ähm die gefängnisinsel so ach da ist das schiff da ist es abgehauen dich kriegen ach haust du wieder ab äh ja schiff unter beschoss 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 schiff unter beschoss